Hallo DWZ-Fans, ich bin heute auf der Weser unterwegs mit Nick Feise vom Sportbootverleih Hameln. Grüß dich Nick. Hallo, ich grüße dich. Wir sind schon das zweite Mal auf hoher See, also naja, auf der Weser unterwegs. Aber es fühlt sich ein bisschen so an, als ob man ein bisschen auf hoher See unterwegs ist. Genau. Deine Leidenschaft Bootfahren und Boote verleihen seit knapp zwei Jahren, seit eineinhalb Jahren aktiv hier auf der Weser. Wie lief es bisher? Also ich bin sehr zufrieden. Es wird gut angenommen von den Hamelner, auch von den Kunden außerhalb. Ja, ich bin sehr zufrieden. Nach diesem Sommer jetzt kann man natürlich überhaupt nicht klagen. Es war natürlich, es war perfektes Wetter, um mal mit einem Boot rauszuschippern. Man kann weiterfahren als wir jetzt hier. Wir sind ja nur ein paar Meter von einem Steg weg. Bis wo kann man fahren, wenn man möchte? Zur Zeit natürlich nicht so weit, weil sie uns das Wasser ausgeknipst haben. Aber sonst kann man bis Bodenwerder und weiterfahren, ist überhaupt gar kein Problem. Du und dein Hund Harry, ihr seid ja hier die beiden, die an der Weser das so ein bisschen auf eigene Faust hier verwirklicht haben. Du hast am Anfang zwei Boote gehabt. Wie viele sind es jetzt? Jetzt sind es im Moment drei. Das nächste ist schon in Planung. Also ab nächstem Jahr starte ich dann mit vier, vielleicht auch fünf Booten dann durch und freue mich da drauf. Die sollen auch nochmal stärker motorisiert sein und somit halt dann auch die Leute glücklich machen, die einen Sportbuchführerschein besitzen, dass die auch auf ihre Kosten kommen. So ein Boot, wie wir jetzt hier gerade haben, das geht auch ohne Führerschein? Genau, richtig. Die sind mit 15 PS motorisiert und somit darf man die auch ohne Führerschein fahren. Man bekommt dann eine Einweisung von mir, einmal in die Regeln hier auf dem Wasser und einmal in das Gewässer und dann kann man losstarten. Das ist also schon sehr erfolgreich geworden, dein Sportbootverleih. Hast du damit selber gerechnet? Ich habe es gehofft, aber ich habe nicht mit gerechnet. Also man braucht schon Mut dazu, hier sowas zu eröffnen. Den hattest du ja offensichtlich. Den hatte ich. Ich hatte auch einfach Lust darauf und ich lebe das hier unten auch total in der Weser. Und mir macht es jedes Mal Spaß, einfach die Leute zu treffen, die hier bei mir ein Boot mieten und die Leute auch glücklich zu machen. Also die haben Spaß hier unten und das ist einfach, das gibt mir auch sehr viel zurück. Was sind das denn für Leute, die zu dir kommen? Also sind das nur Hamelner, die jetzt mal diese Attraktion, die du hier anbietest, mal ausprobieren möchten oder von weiter weg? Es kommen Kunden aus dem Ruhrpott, Dortmund, Bochum. Da ist das nicht so möglich wegen dem Rhein. Da ist dieses Rheinschifffahrtspatent und da darf man nur mit 5 PS fahren. Die möchten natürlich dann mit 15 PS fahren. Es ist so, dass viele aus Kassel und noch weiter runter kommen, da auf diesen Talsperren dort immer nur Elektromotoren angeboten werden. Und sie möchten jetzt mal ein richtiges Motorboot fahren. Und halt Hannover, die Ecke, oberhalb von Hannover. Die Umgebung halt, ja. Also es reagieren schon Leute drauf. Und anscheinend kann man hier schon etwas Besondereres fahren. Wenn du sagst, in anderen Regionen ist das nicht so möglich und mal ein schnelleres Boot. Das ist also hier schon ein Spot, der ist jetzt nicht deutschlandweit überall verfügbar. Genau richtig. Also ich habe hier quasi das Monopol im Moment auf der Wese halt und drumherum. Also sie nehmen schon so zwei Stunden Fahrt auf sich, um bei mir Boot zu fahren. Und das ist, denke ich mal, schon ein Kompliment. Wenn man jetzt eine Stunde bei deinem oder mit deinem Boot fahren möchte, was muss man denn dafür dann bezahlen? Also bei mir liegt eine Stunde bei 35 Euro. Umso länger man fährt, umso günstiger wird es. Pro Boot, nicht pro Person? Genau, pro Boot. Fünf Personen können da mitfahren für diese 35 Euro. Genau. Ich empfehle aber immer zwei Stunden zu nehmen, weil diese Stunde, die vergeht wie im Fluge. Höre ich immer von Kunden, dass sie dann total traurig sind. Oh, jetzt müssen wir schon wiederkommen. Wenn ich dann Nachbuchungen habe, ich sage, ja, es tut mir leid. Also ich empfehle immer zwei Stunden, sind dann auch noch mal günstiger, kostet dann nur 60 Euro. Und damit kommt man eigentlich sehr gut hin. Das vierte Boot ist in Planung. Du hast hier deinen eigenen Steg. Dann gibt es aber allerdings hier einen Steg, den hättest du viel lieber, hast du erzählt. Oder der wäre ein bisschen attraktiver für dich. Erklär mal kurz. Ja, genau. Also der Steg an der Sumpfblume, das wäre natürlich ein Highlight. Da bin ich viel mehr mit im Geschehen dort. Und ja, den hätte ich gerne. Bekomme ihn zurzeit nicht, leider. Wie funktioniert das? Also so ein Steg, der gehört ja irgendjemandem. Das ist ein Steg von der Stadt dann? Genau, der ist von der Stadt Hamel. Und die haben gesagt, den kannst du nicht haben, weil? Weil das ein Gaststeg ist und somit der für Gäste der Stadt da ist. Okay. Die Stadt Hameln hat ja aber sonst nicht auf die Fahne geschrieben, die Weser oder auch Hameln an der Weser attraktiver zu machen. Hast du das Gefühl, dein Sportbootverleih trägt dazu bei? Ja, auf jeden Fall. Also die Leute kommen von überall her, fahren hier Boot und finden es hier total klasse. Erstmal die Landschaft, auch Hameln selber. Viele Urlauber kommen auch zu mir, die hier in Hameln Urlaub machen. Zum Beispiel hatte ich Kunden aus Dortmund, die sind zwei Tage mit einem Wohnmobil angereist, haben zwei volle Tage hier ein Boot gemietet. Auf dem Stellplatz kann man ja auch perfekt daneben anstehen. Genau, genau. Und somit ist das eigentlich, ja, die Kunden kommen auch wegen mir nach Hameln. Das ist vielleicht ein Mehrwert auch für einige. Ja, also vielleicht kommen ja nicht alle nur wegen dir, aber wenn sie dann da sind und das sehen, dann überlegen sie schon, ob sie mal auf die Weser fahren oder mit dir auf die Weser fahren. Genau, richtig. Also ich sitze, ich sehe ganz viel, dass die Leute dann schauen, wenn die Boote unten bei der Me-Lounge vorbeifahren. Die sitzen dann da wirklich auf der Terrasse und rufen mich dann an, ob ich nur ein Boot frei habe. Ach so, weil deine Nummer auf dem Boot steht. Genau, meine Internet-Sresse steht halt auf dem Boot und dann rufen die mich halt an. Witzig, da sitzen die gleich da vorne und könnten ja im Prinzip dann, wenn du einen Platz frei hast, gleich vorbeikommen. Aber wie ist denn das jetzt mit der Auslastung? Hast du überhaupt noch viele freie Plätze oder ist alles schon voll bis Ende September? Na, ich habe auf jeden Fall noch was frei. In der Hauptsaison war es natürlich immer ein bisschen tricky, weil die Leute haben schon lange vorgebucht. Zurzeit ist noch einiges frei. In der Woche habe ich auch ab 13 Uhr geöffnet. Also wenn jemand nach Feierabend fahren möchte, ist das auch kein Problem. Wie lange geht die Saison? Also ich habe jetzt bis Ende September gesagt, aber wie lange kannst du überhaupt auf die Weser fahren? Also mein Ziel ist es, dieses Jahr aufzumachen bis Mitte, Ende Oktober. Und dann kommt alles aus dem Wasser. Dann darf ich putzen und ein Winter für nächstes Jahr. Wann geht es dann im nächsten Jahr wieder los, frühestens? Ich hoffe, dass das Wetter so gut wird wie dieses Jahr und dass ich so früh wie möglich drauf kann. Und ich hoffe, dass ich Mitte April dann schon losstarten kann. Jetzt wäre diese ganze Bootsverleih-Geschichte ja nie so, wie sie sich entwickelt hat, geworden, wenn du nicht gesagt hättest, alles klar, ich mache das jetzt. Ich nehme auch einen Betrag X in die Hand und finanziere das. Hast du manchmal auch schlecht geschlafen und gedacht, oh Gott, oh Gott, was habe ich da eigentlich gemacht? Ja, habe ich. Man hat natürlich nicht nur Fürsprecher. Man spricht halt auch in der Familie drüber mit Vater, mit Mutter. Und die waren erst gar nicht dafür. Was waren denn so die Kritikpunkte oder was war so das Contra, was man dann dir entgegengebracht hat? Meinst du, das läuft? Und wie soll man das beantworten? Wenn man noch nicht mal ein Boot gekauft hat und seit drei Jahren vorher hier an der Weser war, meinst du, das läuft? Und da habe ich halt immer gesagt, ich weiß nicht, ob es läuft, aber ich versuche es einfach. Inzwischen laufen die Motoren bei Nick Pfeiser auf der Weser und zwar in seinen Sportbooten. Bald kommen noch die Führerscheine dazu. Also wird schon eine richtige Ausbildungsstätte dann hier? Genau. Also ich habe einen Partner gefunden, der auch Führerscheine anbietet und somit bieten wir dann auch Führerscheine an. Das Ganze kommt jetzt langsam, wird es spruchreif und ab nächstem Jahr, also im Frühjahr, starten wir dann damit auch durch. Wie groß soll das alles noch werden? Dem ist keine Grenzen gesetzt. Also ich habe immer noch Lust, ich habe immer noch Spaß hier runter zu kommen an die Weser. Und von daher, bis ich keinen Kunden mehr absagen muss, dass ich so viele Boote habe, auch wenn es spontan angerufen wird, dass ich die Kunden glücklich machen kann. Das ist mein Ziel. Und vielleicht liegen dann ja auch irgendwann mal Boote von dir oben an der Sumpfblume. Ansonsten, gar nicht so weit weg, ist ja dein Steg hier am Kanu-Club. Und wer mal vorbeikommen möchte, der meldet sich einfach. Die Adresse ist eingeblendet. Und ich bedanke mich erstmal für eine kleine Tour wieder auf der Weser. Es macht immer wieder Spaß. Und man weiß gar nicht manchmal, hast du das Gefühl auch, man weiß gar nicht manchmal, was Hameln für ein schönes Fleckchen ist mit seinem Fluss. Ja, das fragen mich ganz viele Kunden, die von weiter her kommen. Das ist ganz lustig, dass sie mich fragen, ob die Stadt Hameln überhaupt schon mitbekommen hat, dass sie an der Weser liegt. Weil hier so wenig gemacht wird und ja eigentlich nur zwei, drei Anlaufstellen sind, um was zu machen an der Weser. Und die fragen mich, dass alles in Ernst ist. Und ich muss dann immer schmunzeln. Und ja, was soll man darauf dann antworten? Wir können die Frage gerne mal an die Stadt Hameln weitergeben. Und vielleicht kommt ja eine Antwort. Erstmal dir vielen Dank. Und viel Spaß. Weiterhin viel Spaß. Und einmal zum Abschluss. Ich möchte die Hupe drücken. Das ist das einzige hier auf dem Boot, wo auch draufsteht, was es ist. Die Hupe. Also macht es gut.